Die Stadtnummer 14, Mati Ebel vom BFC Erstgebürg-Oberwiesenthal-Stuhl-Verband Sachsen. Die Stadtnummer 11, Arne Ruhlfeld vom SC Solan-Schi-Sorband Sachsen. Mit dem blauen Leibchen der Jungen 16 in PCA, Stadtnummer 15, Felix Frieden, WSV Oberau-Dorf, Bayerischer Skisverband. Die Stadtnummer 15, Felix Frieden, WSV Oberau-Dorf, Bayerischer Skisverband Sachsen. Die Stadtnummer 15, Felix Frieden, WSV Oberau-Dorf, Bayerischer Skisverband Sachsen, WSV Oberau-Dorf, Bayerischer Skisverband Sachsen, WSV Oberau-Dorf, Bayerischer Skisverband Sachsen. Die Stadtnummer 26, Johann Ummer vom VSD Kliniental Skisverband Sachsen. Weiter geht es mit der 23 Uhr Ritterei vom WSV 1923 Bad Rhein-Walde Landesskisverband Sachsen. Und zum Abschluss dieser Altersklassen im grünen Leibchen, Stadtnummer 29, Jonathan Greiber, WSV Oberau-Dorf, Bayerischer Skisverband. Stadtnummer 40, Elisabeth Strümpel, TSG Rula, WSV 07 Thüringer Skisverband. Und zum Abschluss im pinken Leibchen, Stadtnummer 44, Sophia Eckensberger, WSV Oberau-Dorf, Bayerischer Skisverband. Stadtnummer 36, WSV Oberau-Dorf, Bayerischer Skisverband Sachsen, WSV Oberau-Dorf, Bayerischer Skisverband Sachsen. Altruhere Erblichen, Stadtnummer 34, Johann Ummer vom VSD Kliniental, 19, Wilhelm, Beru-Dorf, Bayerischer Skisverband. Schisverband Sachsen. Schisverband 34, Ammer noch, Bereit, WSV, MWSchönfeld, von Korsrie, WSV, Boerbauer, Bayerischer Skisverband. Das ist der Startnummer 46 im roten Leibchen Amelie Steiner vom FC Münzenschwanz bei den Damen und Juniorinnen Schiefer in Baden-Württemberg. Juniorinnen mit der Startnummer 45 ist bereits Sophia Maurus, CSU Buchenberg, Bayerischer Skiverband. Das ist Siegungen, Felix Frieden und wir sind in Europa am Ende des Eimeres. Sie haben eine sechste Schule, sie haben eine sechste Schule importiert und sind auch Mädchen dabei mit 8,4 Ewell, Malti, Meter 5, die Klingeltal. Das ist Mika Schlotz aus Thüringen mit der 10, geht jetzt hinaus, er hat 6 Kilometer in der Nummer 4. Das ist Arne Hohlfeld aus Solaien mit der 5. Fadjen Klump mit der 19. Willkommen im Team Frieden vom Oberarmdorf aus Bayern. Und dort geschieht ein Ziel ein Lauf mit der Nummer 2 im Ziel, Margot. Musik Okay, 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 okay. Auf geht's, auf geht's! 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 ...geholt hat und siegerlich geknickt aus Noritz Teray aus Bad Breinwalde. Aus dem Flachland kommt ihr. Und hier, 30.32, 33, ist die Sella. Und die 30 ist im Trikot und die 40 kurz dahinter. Und durchlaufen wir zwei Grundlagen, wie ich jetzt sehe hier. Lukas Macht vom PSV Buchenberg. Nick J. Feld aus Tringetal, aus Sechsez. Zweiter Platz. Herrlich. Am Start gewesen. Das ist Jonathan Grell, 30. Das ist Moritz Teray. Das ist Moritz Teray. Sollt Neue Platz. Jetzt sind wir die 70 pioneer. Wir befinden uns zum Schema. Dann schauen Sie bei uns. Wir befinden uns. Wir befinden uns imartigen. Wir befinden uns. Wir befinden uns mit dem Schema. Wir befinden uns. Wir befinden uns. Wir befinden uns noch mehr. Wunscher! Wir befinden uns. Der ist gefragt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020